Hallo ihr wunderbaren Männchen da draußen, es ist wieder Sonntag 19 Uhr, Zeit für ein kleines Update, was Neues in meinem Shop zu finden ist. Wie fangen wir an? Wir fangen am besten mit den Sachen an, die ich ganz neu habe, also eine neue Kategorie. Da habe ich heute drei. Die erste, wie unschwer zu erkennen, ich habe Mützen. Ja, nun, es ist kalt, es ist Herbst, es ist ungemütlich und ich finde, da ist ein Hut, der sowieso momentan ein absolutes Trend, als es war, ist unersetzlich, unermesslich. Jedenfalls, diese schöne Mütze habe ich für euch gefunden, beziehungsweise biete ich euch jetzt in meinem Shop an. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich blende sie euch jetzt mal ein. Und das wären die Mützen gewesen. Als nächste Kategorie habe ich Ringe, auch ganz neu. Da habe ich einmal diese Katze. Die schlängelt sich so um den Finger, das finde ich sehr schön. Und die ist halt mit schwarzem und weißem Strass besetzt und die Augen auch in schwarz. Ganz toll. Dann habe ich noch diesen coolen hier mit dem Chamäleon. Das ist ja wohl mal richtig cool. Dann den mit dem Glüten. Dann habe ich dieses hier mit dem, ich habe es mal Ornamente benannt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Und dann habe ich noch den mit dem Kreisen. Und als letzten ein Regenbogen. So, wir müssen leider ein wenig uns beeilen, weil ich sehr, sehr, sehr viele Artikel habe. Und ja, deswegen, um die euch alle einmal zu zeigen, hurtig. Dann habe ich Nasenstecker für euch. Die sind jetzt etwas schwierig zu erkennen. In Echtsilber. Dann, ja, ganz normal aus Metall, Chirurgenstahl. Mit weißem Strass und bunten Strass. Einfach mal reinschauen. Dann habe ich jede Menge Armbänder für euch. Wie gesagt, die Zeit ist sehr, sehr knapp. Und deswegen werde ich euch die jetzt in einem Rutsch einmal alle durchzeigen. Als erstes haben wir das mit dem Gummizug. Dieses coole hier mit diesen zwei Tigerköpfen. Dann, das ist ein Einzelstück, habe ich nur ein einziges von. Dieses hier, ich denke auch, das ist ein Tiger mit weißem Strass. Stress mit weißem Strass und die Augen sind aus schwarzem Strass. Hat so ein Mechanismus hier, so ein Clip-Mechanismus. Es ist sehr tierisch heute. Also ich habe viele Tiere heute im Angebot. Das nächste Armband ist, ich habe es Antikoptik genannt, weil es erinnert mich so ein bisschen so von den Farben her an so ein bisschen was Antikes. Auch mit verschiedenen Anhängern. Ein Fisch ist dran. Absolut tolle Herbstfarben. Dann bleiben wir beim Fisch. Aber mit Glasperlen. Und der Fisch ist bunt. Und ich fand den so toll, das musste ich einfach mitnehmen. Richtig cool. Das nächste ein schwarzes. Mit jede Menge Anhängern. Und eine so ein Püschel. So ein Püschel. Und deswegen habe ich auch das Armband Puschel genannt. So, jetzt sieht das aus. Zwei reich und schwarz mit vielen verschiedenen Perlen. Und auch vielen verschiedenen Anhängern wieder. Das letzte Armband in absolut tollem Herbstfarben. Und vielen süßen Anhängerchen. Und ein ganz, ganz wunderschön violetten Herzchen. Das fand ich so schön. Das sieht so aus. Das war's. Das war's. Das ist so aus. Das ist so aus. Das war's. Also hat das. Das war's. Dann habe ich für euch den Gürtel nochmal in einer neuen Farbe, diesmal in Grau. Dann gibt es neue Extensions in zwei verschiedenen neuen Farben. Einmal die Angebot-Extensions gibt es jetzt auch in hellblond. Und die gewälten Extensions habe ich jetzt in mittelbraun. Das ist kein muckelbraun, das ist kein schokobraun, das ist ein mittelbraun. Aber das ist derzeit nur in gewälten. Dann habe ich für euch zwei Ketten. Einmal die Kette mit der Prinzessin. Und diese lange Kette aus schwarzen Holzperlen mit diesem wunderschönen Anhänger. Musik Dann, na, ihr wartet immer auf Portemonnaies. Ich habe so viele neue Portemonnaies für euch. Und die Zeit reicht nicht, euch die wirklich jedes einzelne zu zeigen. Deswegen zeige ich euch jetzt nur ungefähr, in welche Richtung es geht. Also, wir haben es einmal im Tigermuster. Wie gesagt, es gibt sie in verschiedenen Farben. Ich zeige sie euch jetzt nicht alle. Und in Schlangenoptik. Das ist natürlich kein echtes Schlangenleder. Das ist ja voll. Also, Schlangenoptik. Viele verschiedene Farben. Leopard. Einmal in dieser Variante in vielen verschiedenen Farben. Und einmal diesen Leopard. Auch wieder in verschiedenen Farben. Die Uhren sind momentan bis zum 11. Oktober reduziert. Beziehungsweise, es ist ein momentanes Angebot bis zum 11. Oktober. Alle Uhren kosten jetzt 5 Euro. Okay, das war es von mir an dieser Stelle für diese Woche. Besucht uns jetzt auch neu auf Facebook. Night Factor gibt es jetzt auch auf Facebook. Und wir sehen uns in dem nächsten Tutorial wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.